Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise, Son of Empire. Und ja, ich weiß, ich werde dieses... Ups. Ich werde dieses... Ups, ja genau. Ich werde diesen Namen immer schön falsch aussprechen. Das wird jedes Mal so sein. Mikrofon, was machst du da für Sachen? Mikrofon ist scheiße. So. Äh, ja, dann... Gehen wir doch mal wieder rein. Auf meinen Befehl. Ja, Herren. Ah, die werde ich wahrscheinlich auch töten. Ihr muss ein Weg nach oben sein. Ja, sehr wahrscheinlich. Die sind ja auch irgendwie da raufgekommen. Alter. Was? Sind das alles Römer? Oder sind das ihre eigenen Leute? Warum sollten die ihre eigenen Leute töten? Ich denke, das sind alles Römer. Alter. Was geht denn hier ab? Was ist das? Warum? Haben die das gerade erst reingenommen? Oder... Warum liegen hier noch die ganzen Leichen? Hä? Warum leuchtet der Grün? Errungenschaft freigeschaltet. Gelehrter der Antike. Ach so, weil ich acht Schriftrollen eingesammelt habe irgendwann mal. Ja, das ist super duper. Was soll ich mit dem... Was soll ich denn hier mitmachen? Ah. Ach so. Oh. Ja, geil. Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren mit Raman. Nein, das war's. Wir sind die Letzten. Echt? Schade. Das ist echt ein bisschen doof. Dann hier. Er soll bluten. Scheiße. Hat nicht so ganz funktioniert, ne? Ja, geh halt. Ja. 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 Deine Zeit ist wirklich abgelaufen. Ist mir doch egal. Scheiße, schon wieder verkackt. Ich verkack heute echt... Wow. Okay. Ich verkack heute echt richtig oft. Ich sollte mich vielleicht angewöhnen, auch mal öfter A zu drücken. Wo sind denn deine... Sack. Sack. Stell dich deinem Ton. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich alle beide machen. Aber irgendwie wollte der nicht. Egal. Ja, er macht nicht so eklige Geräusche beim Sterben, ja? Ein bisschen Anstand, wenn ich bitten darf. Anstand. Okay. Okay. Was geht hier ab? Rüber! Da unten! Feuer eröffnen! Was? Die sind schon da? Ah, ihr seid ja auch dämlich. Was rennt ihr einfach mitten in dem Pfeil? Auf ins Gefäng! Jetzt töte ihn schon! Und dann erledigen wir seine Legion da unten! Ach so! Ich soll... Äh, warte. Soll ich hier runtergehen? Ja, ich soll hier runtergehen. Gerade so noch abgewertet. Ach so, das war mal eine römische Stellung oder was? Ja, die sind ja auch dämlich. Warum rennen die da mitten rein? Er gibt nicht oder stirb! Das will ich jetzt aber machen. Ist mir fest egal. Was? Einen hat's erwischt. Glaube ich. Zumindest. Ich kann gar nichts machen. Ich konnte nichts machen. Das hat zu sehr geleckt. Das war so ungewohnter Move wahrscheinlich. Bring alle Ballisten zum Schweigen. Ja, mach mal das mal. Jetzt aber. Ah, da. Okay. Ah, ja. Schön. Ich werde mich nicht zerfetzen. Ihr etwa oder was? Ja, ihr solltet weglaufen. Sag ich doch. Wohnenschützen sind für mich kein Thema normalerweise. Das erste Geschütz haben wir anscheinend erledigt. Wo ist das nächste? Da oben irgendwo. Okay, wir müssen da rauf. Da ist seine Leiter. Ich kann gucken. Ja, ja. Ich weiß. Lass mich das auch machen. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das diesmal beim ersten Anlauf. So, die Ballisten töten deine Männer. Ich weiß. Alter, ja dann halt nicht. Du bist zu langsam, Mann. Ihr solltet weglaufen. Jetzt werde ich mit dem Anlauf gar kein Fallproblem haben. Wer ist hier denn? Alter. Die Kamera ist manchmal schon ein bisschen behindert. Wo ist die letzte? Ich sag dir, wir schaffen das beim ersten Versuch. Wer ist hier noch? Der Weg ist frei. Vorrücken. Verteil dich den Aufzug. Lass ihn nicht hoch. Ihr wollt es auch fallen. Wer hat es? Ich bin klein. Oh, scheiße. Habe ich nicht gesehen, was der da treibt. Fuck. Mann. Man stirbt hier echt ganz schön oft. Okay, aber wir haben uns gut geschlagen. Das muss man schon sagen. Ach, jetzt. Ach so. Ja, okay. Das geht. Das ist okay. Was machst du da ganze Zeit? Schnauze. Und warum macht das so was? Ergib dich. Oder stimm. Fuck. Heute verkacke ich echt richtig krass. Aber schon die ganze Zeit. Ach ja. Das sehe ich aber anders. Das mal packe ich euch aber. Dann bleib und kämpfe. Sei so gut und mach das. Warum spreche ich denn nicht, dass ich den Fokus genommen habe? Boah, gerade noch abgewehrt. Wie sollten wir ein bisschen auseinander gehen? Ich sterbe lieber, als mich zu ergeben. Denn ich bin ein Centurio. Zack. Noch ein Aufzug. Noch ein Aufzug. Noch ein Aufzug. Okay, dann nehmen wir jetzt. Nur, dass wir runterschieben. Ja, das hättest du beim ersten Mal vielleicht sagen sollen. Das wäre eventuell ganz nützlich gewesen. Okay, wo muss man denn jetzt überhaupt hin? Beseitige die verbleibenden Feinde. Okay. Wo sind die verbleibenden Feinde? Die werden sich ein bisschen versteckt haben. Da kann man schon wieder gucken. Okay, was ist da unten? Marktplatz oder wie? Die haben anscheinend Angst vor uns und laufen jetzt lieber weg. Kann ich verstehen. Schon wieder Rungenschaft freigeschaltet. Gelehrter der Antike. Schon wieder. Wusste ich doch. Oh Gott. Die hat zwei Schwerter. Das heißt, das wird ziemlich hart. Okay. Das wird ja so ein Endboss. Das ist zu schnell. Ich dich auch. Ihr habt euren Altgegenüber rumgebrochen. Ihr tötet Unschuldige. Frauen und Kinder. Tja. Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wie schafft ihr es überhaupt noch zu reden? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen. Ah, scheiße. Das hätte ich aber kommen sehen lassen. Das wird ein knapper Kampf, Leute. Das wird ein verdammt knapper Kampf. Boah, die hat Bock. Ah, super. Ich dachte, er hat einen Zweig kam. Ja, euch erwartet einen Tod. Das wäre schön. Scheiße, ich kann mein Fokus-Dings nicht einsetzen. Fuck. Das heißt, mein Koron. Stell dich deinem Tod. Ah, scheiße. Ja, das waren jetzt einfach zu viele. Dass man sich hier nicht heilen kann, finde ich ein bisschen blöd. Also, ich meine es so richtig, weil dieses Ding zum Heilen, diese Fähigkeit, die man da hat, die wirklich rückwärts. Ja. Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Die uns erreicht, oder? Die haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Und Leute wie mich, Alter. Die einfach gewinnen. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen. Ach, boah. Das war knapp. Ah, scheiße. Fuck. Oh, da bin ich erwischt. Da. Ganz genau, du sagst es, Mann. Jetzt aber. Ah, fuck. Ja, das warte ich auch. Das sind viele. Scheiße, ist schon wieder verkackt. Jetzt ist ich lecker. Jetzt ist ich lecker. Jetzt ist ich lecker. Nein, ich hab keinen Bock zu sterben. Dann mach ich jetzt auch den hier. Lauf weg, wenn du noch kannst. Fuck, ist lecker. Boah, war das knapp. Ach ja, ich verpackle heute nur. Sei verflucht, du Schwein. Ja. Aber letzten Endes gewinnen wir doch. Auch wenn ich heute nur verkacke. Sind wir gut, Alter. Warum spechelt denn nicht, dass ich Fokus auswähle? Warum spechelt denn nicht, dass ich Fokus auswähle? Vorwärts, zum Hügel. Herr? Okay, da waren ein paar kleine Legs dabei. Macht nix. Jetzt machen wir erstmal diese Fotzen hier fertig. Wir haben doch gerade erst angefangen. Warum denn Rückzug? Hä, jetzt wieder das, oder was? Schlachtformation. Das liebe ich tatsächlich. Das ist auch gut. Kommt nachher. Kommt nachher, ihr Penner. Ja, so machen wir das. Oh, die haben keine Chance. Ich kann doch schon mit dem Grund nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Haltet aus. Vieler Männer. Fertig. Werft. Schilde, Männer. So. Wusste ich doch, dass ich irgendwas vergessen habe. In Angriffstellung. Oh, ja. Gebt die Schilde. Wir sind einfach zu gut für euch. Wir sind einfach viel zu gut für euch. Aber ich habe schon ein paar Leute verloren. Macht nix. Das sind ja nur einfache Bauern-Tölpel. Die haben keinen Wert. Ja, ja. Genau so ist das. Sowas hätte ich auch gerne in the forest gehabt. So eine ganze Legion hinter mir einfach mal. Wäre das ganz simpel und einfach gewesen. Tötet ihr den. Au. Arschloch. Fängt er einfach an, Leute von mir zu töten. Du aber nicht. Du bist ein braver Baba. Woher nehmen die eigentlich die ganzen Sperre? Hä? Okay. Wow. Durchgang zur Rechten. Aber diesmal haltet ihr durch, oder? Beschäftigt sie. Greift auf meinen Befehl hin an. Okay, ich hoffe, das werden sie machen. Alter, jetzt sind wir wirklich wieder wie bei The Forest. Ich muss mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Beeilen wir uns doch einfach mal ein Tempel? Nehme ich an. Oder irgendein heiliges Opferritual. Städte? Denke ich jetzt einfach mal. Ja, okay. Wir sollen uns beeilen. Aber wo geht es denn überhaupt lang? Hä? Okay, wir sind von hier gekommen. Und wir müssen in diese Richtung. Warum geht er da nicht durch? Geht er durch, mein Freund? Brav. Brav bist du. Brav bist du. So, ja. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und weiter. Ja, passt schon. Dann gehen wir einfach weiter. Und killen diese verkackten Bogenschützen. Töte die Bogenschützen und lasse deine Männheim durch. Ja, dann machen wir das einfach mal. Das sollte ja kein allzu großes Problem sein. Oh ja, dieses Mal hat es geklappt. Ja, wir zahlst du mit deinem Blut rülp. Von hinten, Alter. Wer ist wo? Das wird lustig. Boom. Sturmangriff. Los. Ja, warum stellen die auch direkt neben sich so Explosivfässer hin? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Es ist hier dunkel. Fuck, wie hat der mich denn jetzt erwischt? Wie konnte der mich jetzt erwischen? Das ist ja eigentlich ziemlich unmöglich gewesen. Ich war schneller als der blöde Penner. Ich hasse dich und deine Mutter. Zack. Jetzt funktioniert das jetzt mal. Ja, genau das wollte ich. Genau das wollte ich, Mann. Scheiße, Sturmangriff. Zu mir, Männer. Die Männer sind schon auf dem Weg. Ja, für den Nächstes zu spät hinweglaufen. Das ist so auf jeden Fall. Schöpfe, meine Klinge. Au, au. Ja, bin ich ein Klingerhund? Das fällt mir nicht. Ich bin gerne ein Hund. Schiebt ihn in den Tod. Was macht der denn noch? Wunderbar. Hey, Männer. Da seid ihr eigentlich. Nachdem ich die halbe Arbeit erlebe. Ja, scheiße. Streckt sie nieder. Ich bin schon lange dabei. Ihr wartet nur. Wow, wow, wow. Da ist noch einer. Komm schon. Schlag zu. Es ist halt einfach ein bisschen dunkel. So, dann beenden wir das mal. Das ist gerade hier buggy. Ja, hast du gedacht, du kriegst mich, wa? Bricht die Tür ein. Okay. Okay, okay, okay. Auf geht's. Schneller, Leute. Schneller. Ihr seid viel zu langsam. Ja. Okay. Was macht der denn da? Der soll die schnell Dings machen. Der macht das nicht. Der macht die so schnell Sperrwerfen. Wissen. So, jetzt hat er es nämlich mal gemacht. Zwar auf den Falschen, aber egal. Hauptsache einer weniger. Also. Sind das viele. Okay, so besonders viele sind es nicht. Ah, fick dich doch. Boah, Mann. Ja, mach. Oh, scheiße. Ah. Ja, manchmal hackt es ein bisschen mit der Steuerung. Und irgendwie läuft es noch nicht so ganz flüssig. Aber ich will auch die Grafik nicht noch weiter runter drehen. Sonst wird es ja schon ein bisschen kacke. König Ascalt. Wie könnt ihr es werden, dort zu stehen? Endlich. Wir entweiht unseren Tempeln mit eurer Anwesenheit. Wachen! Hasst sie! Ich mach hier, was ich will. Oh, können wir das? Mir scheiße geil. Oh ja, dieses Mal hab ich dich gesehen. Und sogar den richtigen Knopf gebuckt. Fuck. Oh Mann, die sind echt schnell. Aber ich bin schneller und besser. Schnell! Schnell! Asc! Götter! Ruhe! Töte mich nicht. Den ohne Schild hier. Ja! Wir schaffen das schon noch, Leute. Sein Verfluss! Gehst du, Schwein! Was macht er da? Deine Zeit ist abgelaufen. Herr, wir halten die Stellung. Aber ihr müsst euch vereilen. Ach so. Die sind ja auch noch da. Lauf weg, solange du noch kannst. Ich werde hier sicher nicht auflaufen. Das habe ich euch schon 10.000 Mal gesagt. Aber ihr wollt ja nicht hören. Scheiße, das war zu spät. Nein, ich hab niemals genug. Warum macht er denn nichts? Lauf hier doch, Mann. Oh ja. Es sind wieder zwei. Zack. Dein Tod wird nicht vergebens sein. Ist schon wieder irgendeine Aru-Schaft freigeschaltet? Der doppelte Spaß. Okay, jetzt will ich den hier. Sonst habe ich keine Chance mehr. Jep. Genau so sieht es nämlich aus. Ja, warum hat er denn noch nicht reagiert? Meine Fresse. Der reagiert manchmal einfach nicht. Okay, Leute. Ein Versuch noch in dieser Folge. Einmal machen wir das noch. Ich weiß, ich kann jetzt einfach nicht so viel reden. Weil ich mich echt konzentrieren muss. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber das werden ja viele Leute wieder nicht verstehen wahrscheinlich. Ich wage es eigentlich. Ich schätze gar nicht, das meine ich. Wachen! Hast du sie! Deine Waffen sind ja auch scheißegal. Vergib dich oder stirb! Ah Mann! Ich denke immer, ich kann noch Sachen machen und da kann ich sie doch nicht machen. Da, das meine ich. Aber irgendwie ist er auch nicht ausgewichen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, macht der Mund extra schon auf, wenn er ein schweif. Alter! Ja, dann zittert euch mal ein bisschen. Stirb! Aua! Okay, jetzt lässt die Konzentration nach. Stell dich deinem Tod! Weg mit dir! Und auch weg mit dir! Ich beeile mich doch schon! Ich mache das hier gewartet sehr gut. Es reicht mir heute mit sterben. Das habe ich euch auch schon 10.000 Mal gesagt. Warum wollte ich mich eigentlich alle verfluten? Ich habe nichts gelegen, ein Römscher-Abschaum zu sein. Ich habe nichts gelegen, ein Römscher-Abschaum zu sein. Die Hauptsache, der ist weg. Du wirst am Gnade flehen! Ne, werde ich sicherlich nicht. Ach, egal. Hauptsache, er sind endlich mal alle weg. Schickt ihn in den Tod! Ja, wer will es noch versuchen? Du? Okay. Ich weiß nicht, kann man die abwehren? Also mit A halt. Was macht der da? Was ist das? Ja, super. Krass, wie soll ich denn sowas machen? Äh, ja. Nice. Ich würde sagen, einmal versuchen wir es noch. Oh, die Speicherbunte hier, wirklich. Ach nein. Okay, ja dann. Hörst du bitte auf? Lass das bitte. Oh. Ja, ich bin da. Wie soll ich denn beide gleichzeitig abwehren? Willst du noch näher? Fuck. Boah, sind das krasse Gegner. Alter. Ach, das sind Schwerte. Ich dachte, das sind einfach nur Fakkeln. Ja, leck mich am Arsch. Okay, ich würde sagen, das ist ein sehr geiler Moment, um die Folge zu banken. Ein sehr gutes Schlussbild. Alter, beim nächsten Mal machen wir die sowas von fertig. Darum sage ich jetzt einfach schnell Tschüss und mache dann gleich die nächste Aufnahme. Bis dahin. Ciao.